So, ich will das Grammar unterschieden, heute unterschieden, unterdichten. Kannst du es sehen? Ja. Ja? Ich spreche sowohl A als auch B. Ich spreche nicht nur A, sondern auch B. Kannst du ein Satz machen? Ich spreche sowohl Englisch als auch Deutsch. Gut, denn ich mache deinen gleichen Satz. Ich spreche nicht nur in Englisch, sondern auch Deutsch. Japanisch bitte. Kai spricht nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. Kai spricht nicht nur... Ja. 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 Etwas... 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 Something like that? Doetnguも話せますか? Engu. Ja. Ok. Kannst du... Eine andere... Ein... Andere... Mit? Sowohl? Ich... Gut. Dann... Den... Ich mag sowohl Fußball als auch Basketball. Ok. Ja. How about this? Kono sitzumon o shimashou. Etto. Nats... Natsjasami ni nani ga shitae desu ka? Sowohl. Dozo. Hm. 内ffend. 接ten? Uh... Uh... Natsjasami ni 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 ni. Niblue? Mhmh... Hm... Hm... Kayngngngngng... Oyogit... Trevor? Buhdubuhdubuh. No. ira. Bire ich... Moment ist es extrem gut, aber deshalb ist es nicht so gut. Ich bin auch schon dafür 41. Es ist die Zeit, aber ... Wetter! 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 Warte! Heikingu Mo Wanderer Wie heißt es? Im Sommer will Kai sowohl schwimmen als auch wenn der Gehen Gut? Ja! Das klingt gut Möikai 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 Heikingu Mo Schüttai Möikai 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 Anderlemsatz Möikai Im Sommerำraub will Kai nicht nur schwimmen als auch wenn der Gehen Okay Okay. 夏休み 泳ぐだけじゃなくて そうだよ ハイキングもしたい はい、泳ぐだけじゃなくて ハイキングもしたい 素晴らしいじゃない じゃなくて あたちなんも来て ファズミさん はずに行くのが 何かに行くのか 私たちを行くの 父さんに行くの 私は 私たちと 皆さん 私は センタビュー 私は 泳ぐだけ Sowohl Stand-up, Stand-up-Surfing machen, als auch schwimmen. Ich will im Sommer Urlaub nicht nur Stand-up-Surfing machen, als auch schwimmen. Du hast gesagt, im Sommer will ich nicht nur Sondern, als auch die Mixed-up-Forms. Nicht nur Sondern auch. Japanisch bitte. Ich möchte es, wenn ich die Mixed-up-Surfing mache. Aber ich möchte es auf dem Weg. Ich bin so sehr schwierig. Ich bin so schwierig, ich bin so schwierig. Ich bin so schwierig. Ich bin so schwierig. Es ist okay, but you know, like this is shorter. Yeah, this is shorter, so that you wanna stay first. I want to go and 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 go. By the way, I don't know if Japanese people call it SUP. But do you know the webpage, Irastoya? They have this image. Oh, yeah. How is it? Is it coming out? Is it coming out? Look, it's coming out of SUP. Yeah, that's good. Okay, let me ask you something next. Why do you use the bowl? Pastens. Pastens. No, 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 no. Don't think about the bowl because that's my job. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Also, what did you do yesterday? Oh! Oh! Gestern Haben Es war nicht gestern, aber bevor ein Tag gestern. Was heißt das? Vorgestern. Vorgestern. Ja, es war vorgestern. Vorgestern haben meine Schwiegermutter und ich, ähm, gestern sind meine Schwiegermutter und ich ins Möbelgeschäft gegangen. Ja, in ein Möbelgeschäft gegangen. Ja, in ein Möbelgeschäft. Ja, in ein Möbelgeschäft gegangen. Weil ich, ich, eine Möbelgeschäft, der, der bekommen möchte. Was möchtest du bekommen? Ein, 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 ein legal, legal. Ah. Eine Schulegal bekommen. Ja, du möchtest ein Schulegal haben. Eine Schulegal bekommen möchte. Ah, ja. Aber es war circa vier Kilogramm. Oh, ja, das ist schwer. Oh. Meine Mutter, ähm, hat, 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 mir nicht, es, Carrie Rasen. Sie hat es dich nicht tragen lassen. Warum? Warum? Nein, es war sehr, sehr... Es ist zu schwer. Ah, schwerer. Und sie... Kannst du es schreiben? Sie hat es dich nicht tragen lassen. Fahren lassen? Tragen. Ah, tragen. Ja. 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 Es ist wirklich so einfach. Ja. Danach, sie hat ihre Sohn gesagt, dass das war sehr, sehr disappointing. Ja, Mia getragen. Disappoint her. Ich musste noch die Sohn gesagt. Das ist, das ist, das ist, das ist daher, das ist daher, Das ist daher, es war nicht nur schwer, schwer legal, sondern auch, es hat geregnet. Ja, das ist unpraktisch. Ja, es war ein bisschen unpraktisch, aber ich möchte es sehr, sehr bekommen. Ja, ich möchte es sehr gerne haben. Dann muss dein Mann das Regal verkaufen und tragen. Genau, genau. Das war, was meine Mutter hat gesagt. Ja. Okay. Kannst du meine Japanisch sowohl, dass auch Japanisch machen? Okay. Do you remember? Das ist, because. It's not only schwer, es da, daher, daher, es, war, so, es, sowohl, war, der, schwer. Oh, actually, it's not there. Four kilograms schwer. Ja, ein bisschen schwer. Schwer. Als auch es hat geregnet. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Daher, weil. Daher. 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 Das war Dakea, weil so hoch, so hoch das Regal von Kirognam schwer war. Ich weiß nicht, irgendwie passt das hier nicht, weil es ein anderes Objekt ist. Vielleicht. Wobei aber nicht nur Schokolade und Schicksal schmecken keine. Irgendwie geht das hier nicht. Ich würde sagen, auch weil es nicht nur das Regal per Kiro schwer hat, sondern es auch geregnet hat, das geht. Aber mit soem Wohl heißt es auch... Kannst du es schreiben, bitte? Ja. Das war Dakea, weil nicht nur das Regal von Kirognam schwer war, sondern es auch. Das war Dakea. Das war Dakea. Was? Dakea? Dakea? Dakea. Dakea. Okay, okay, I begin, I begin. I initiate. Just a minute. Do you have to hear what I'm saying? Okay, let's start. Do you have to hear what I'm saying? Embedded question. Do you have to hear what I'm saying? Blah, blah, blah. Do you have to hear what I'm saying? Do you have to hear what I'm saying? You get disappointed. Pot empy is 4kg. Potille weight is not 4kg. There will been a 거 given volume. Yes, that's right. Ich wollte nicht Ein Taxi benutzt oder ein bisschen gewartet. Ich wollte nicht gewartet. Ich wollte nicht gewartet. Ja, ja. Tana, Tana. Tana war Tana. Ok. Es ist sehr gut. Aber ich kann das nicht editieren. Was edit? Wie? Wie? Weiter schreiben. Weiter schreiben. Oder wie kann ich es korrigieren? Korrigieren? Korrigieren. Tana. 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 Ja, der Latalsaat. Das ist der Hauptsaat. Deshalb darfst du hier nicht benutzen. Du darfst es hier nicht benutzen. Nicht benutzen. So, was ist die common repräsentation für WAPA-Rekord in Subclause? Da? Ja. Das war daher, weil nicht nur, dass es gar pro Kilogramm schwer war, sondern weil es auch geregnet hat. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Du hast gesagt, dass du gesagt hast. Zuerst ja. 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 Bitte. Bitte. Gehst du mit. Ja. Wie gesagt. Hallo. Ich bin der Anbieter. Ich bin der Anbieter. Wir haben dafür geholfen, weil es nicht nur Musik steht. Ich bin der Anbieter. It's carrying, it was raining, and it's severe, huh? Ah,いいですね。 どうぞ、どうぞ. Previous du es. Compeccision. すごい難しいね。 そこ、私、描いてあげるよ、焼き印。 あっ、関係した。 大丈夫、大丈夫。 いいよ、いいよ、後で描いてあげる。 どうしてかというと、棚の重さが4kgだっただけじゃなくて、 サブクローズ。 雨も降っていました。 OK, here is the most common grammatical error learner can make. When you're talking about why, because, this is most likely the, like a second or the further statement in the composition. So that, basically you are explaining it. So you really, really need this very crucial Japanese grammar. Which is? Mawa? Which is? Explanatory tone, which is? Futimashita... Mawa? 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 Ok, ok, ok. Futimashita... Futimashita... So, the name. Ok, ok. You can remove... Mashita, you should be ready. Ja, das ist ein bisschen tricky, Michael. You're always mean, as if I accept MASHTA. Of course, if you want MASHTA to go to MASHTA, you need to be like this. What is it? The weight of the floor is only 4kg. The rain has been raining. I can't use MASHTA. It's because of MASHTA. But the truth is, I really want to use MASHTA. So that even if I use color, I still want to use MASHTA. Oh, okay. And the simple sentence. Okay. 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 Wanted me to TARA? Okay, when I use어서 I want to use MASHTA. That's what you should say. What's your MASHta? How is it? Up to thisish organization, подSIMA 4kg is not. Hides of că Cottage limit representing 4kg. іs must HIKE. How is it? U tenhoustaından. Down to thisish system. It's because if I fall four pitching celebrations in the game is also only been running . It's because of the rain has salt to 4kg. It's not too late. Is not. No? I like it. I like it. No. Okay, okay, okay. It doesn't change. Explanatory doesn't change. Also. Also. But how you can insert here, this position. We canst du es benutzen. Was was du bravust ist nda, ndes. Aber wie kannst du hier benutzen. ndes. ndes. Okay. ndes. 普通に考えたら ndes. 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 Inverturale. Uso,違った Hoish I think Gakkari is really like an entoished line It says to be disappointed and not to disappoint somebody Just待って Mein nechubi ga muta Viewer de entoished Isn't this like this? Is it not? Hmm She was deceived Yes, that can be said Or she was deceived Hmm Entoished Entoished Eh? Double D Entoished Okay, mein nechubi Always when I start a thing about it I'm unsure I have to check it Mein nechubi ga muta Beurde entoished Hmm Mein nechubi ga muta Beurde entoished Weil Beentäuscht Weil Nicht nur das legal For kilogramscher wer war Sonder es auch Gelegen Hat Maybe then it's better to use Meine schliegermutter war enttäuscht Because when you say wurde enttäuscht Somebody made her disappointed But it's not somebody's fault But it's like the rain's fault And the rain Aber Azumi's fault It's not your fault that the shelf was heavy and that it was raining Sie mochte nicht meine bar Ja? Oh Oh I didn't like my選択 If so If so But then she was not disappointed Because the shelf was heavy and it was raining But because of your choice Oh sure Das war Daher Azumi Habe Azumi Azumi Justo これ難しいから Das war Daher Weil Azumi Das regal Por kilogram Schubert ちょっと待って Zotea Das Das war Daher Weil Azumi Nicht nur Das Gewicht Das Das Sehr Das wäre schwierig.